unruhig vor allem und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play das wird die Klinik hoch wie wir mit Fabian der Ehe ja ruhig er wir haben wieder eine kleine Lärmler machen für euch mit uns waren ich habe mit Alex die M27 jahr die wir jetzt schon im letzten Spiel getestet haben die sehr abgeht ich gebe es gab dies Jahr und ich hatte auch so keine Ahnung zu nur was ist es ist eines der Lager und Schaden ist sehr geil Herr Lachersmann es werden auch um die Sitzung aufgepackt das ist auch schon bei der Ex-Mär ich zog lieber Alex Redett das Das ist nicht so das, was ich mir gerade vorgestellt habe. Das ist noch beschissener. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Wupsi wupsi. Jetzt haben wir uns. Wir müssen das fixieren. Ja. Wir fixieren. Das haben wir dann. Wie auf unserem kranken Grafikechner. Game on PC. Oh, natürlich. So, das sind wir hier. Ja, mit unserer Heim 27 I.A.R. Wir sind U.M.U.S.L. Wow. Oh, Gottes Willen, wie realistisch in Battlefield. Blade Pro Free. Die ist einfach nur dermaßen geil, dass wir natürlich, wenn wir uns was eintrauben, fast recken. Gut. Da die Soldaten nicht ausgewählt wurden, um den Arschbaum zu machen. Ja, das auch. Und vielleicht ein Köpper. Ein Köpper ist erst mindig. Das ist... Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Ne, da drüben. Ne, ist das einer von uns? Ja, 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 ist ja. So, wir werden uns erst mal hier... Oh, das ist der Länger, oder? Ja. Dann muss ich doch mal schenken. Wo ist der? Hey, seid? Ich hab mich nicht gesehen, hab ich gesagt. Jo, also... Wir haben schon wieder hier krank, äh... Averloren, was ich gar nicht verstehe. Das geht jetzt eigentlich mal gar nicht. Acht, du scheiße, man, Leute! Ne, ne, aus dem Post, aus! Ich dachte schon, das jetzt. Lust ist nicht losgeflogen. Yo, jetzt haben wir die Krankheit schon gezogen. Und jetzt geht's jetzt auch schon auf zu A. Wir sind ja auch von Mahn mit auf, weil die Waffe eine richtig geile Reichweite hat. Dazu, hört ihr da jetzt euch mal in ein paar Waffendeteils. Ja, Schaden, wie der Folge schon gesagt hat, ist mittelmäßig. Haut nicht komplett rein, aber mittelmäßig halt. Aber wir haben ja auch nicht in den Tech mit reingepackt. Ja, wird's ja erstmal normal. Ja, aber also, er haut schon. Ist er was weg? Mit den Schaden deckt noch schnell. Das wird dann so unterstützt durch die Präzision, die sehr hoch ist. So, ich hab grad den Kopf-Treffer reingepackt. Munition habt ihr für eine Medi-Waffe, also im Vergleich jetzt zu einer MG-36 oder so anderen Medi-Waffen, wie der MG-3 oder so, habt ihr hier relativ wenig Muni am Anfang. 3x50, äh, 5x30, so. Ich hab keine Ahnung. Also 150 Kugeln ohne Attachments. Und hab die dritte Fahrt nicht. So, jetzt. Dann hat er eine sehr lange Reichweite, wie schon erwähnt, was er auch unterstützt wird durch die Präzision und dem Schadmittel. Und dann ist er noch schnell voll, automatisch. Wir haben jetzt hier den Präzisions-Schaft draufgepackt, dann haben wir das Rabbit-Aim. Ich wurde grad von der HEK gequält. Find ich nicht so gut. Ähm. Wir haben aus dem Wasser wie so'n Fisch und wir haben geschossen, Mann. Wie so'n Fisch. Mh, ein bisschen so'n Fisch. Ja. Dann haben wir noch Viper-Max draufgepackt, deswegen haben wir ein paar mehr Kugeln. Das ist insgesamt 24 Kugeln mehr. Das heißt, wir haben... 4x50. Ach du Schack, ist das ein Panzer oder was? 4x50 Kugeln, ne? Das ist doch nicht der Ernst. Junge. Aua, nein, alter, wie bekloppt muss man denn sein? Nein, was ist das hier für'n Scheiß-Team? Du hast ne 3 zu 2 Kati. Junge, das ist trotzdem bin ich. Aber was du dich denn bitte schön machen, wenn ich aus dem Wasser komme und abgeknallt wäre. Ohhhh. Ja, haben wir jetzt also Schaft? Ja, ja. Schaft haben wir gesagt, Präzisions-Schaft, Viper-Max. Was, Präzisions-Schaft? Ein Scheiß-Team? Ja, klar. Ich bin Präzisions-Schaft aufgepackt. Ne, haben wir nicht. Wir haben Präzisions-Lauf und Maraguda-Schaft. Ja, stimmt. Vollidioten. Ist ja. Aber was anderes? Also, unser Team ist gerade irgendwie richtig. Ich bin nicht. Alter Mann, da steht ein Panzer. Ich bin nur ein einziger Pionier hier drin. Ich bin aber schon, dass man auch, wo anders war. Ich bin aber jetzt. Ach. Ach. Fickmann. Ach. 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 Trau. E-Biet, Aven. Oh mein Gott. Etwas ist gerade schwer, an depressingern. ie sie schreibt man nicht wenn wir jetzt allerdings auf der Ahrung also wir haben jetzt ein Problem aber jetzt sind wir ja auch richtig geil vertreten und so und jetzt haben wir ein Fahrzeug Alex muss mal kurz ihren Strecker machen das ist auch bei YouTube Stars wie uns so wir sind keine YouTube Stars aber das ist auch bei YouTube okay jetzt wäre es lieber Pionier geworden Aure so nicht und es ist eigentlich mein Team nur und da ist einer gefallen die holen wir hoffentlich nicht hinter die Mauer Junge Na gut wenn du wiederfällst ist das nicht meint dann hab ich sieben und geht hier voll drauf auf da ist noch allmöchtliche Fahrer raus geil, treff den unten am Fuß am Fuß mach ich noch mal down mann, alter der Typ ist wieder gereckt hallo Junge nein, endlich achso, ja, ne, man fällt noch 10 ein was ballerst du denn wieder so rum, Mann? Junge, da muss ja auch irgendwie seine Muni loswerden na, aber mal ohne Spaß, Mann wir haben keine Granate, also pass auf ne Basho 8, du Scheiße, sie hat vielleicht zwei Punkte geholt aber wir müssen euch alle wissen, damit ihr überhaupt nicht umsinnigt äh, nicht ich will ja weg, ahahaha wo fast zwei Leute? wo, äh, nicht so doll Aua! 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 Wie, winzig! Ja! Okay, also wir sind irgendwie irgendwie richtig schlecht oh, ja, 11 Punkt da Alex, Dieh, Huth bitte, für uns bitte! Ah, wir haben auch verloren, der R-S-Hut, ne? such mal, Huth, ne? ah nein, Panzer! ist der leer? Oh nein, das ist ja noch drin. Ja, das ist mit so aufs Niederlande. Nein! Das ist mir egal, man. Ich hab ne 6 zu 4 KD, man bin sich wützeln, ey. Oh, ich hab noch mal. Oh! Eskalation pur. Wir haben jetzt sehr krank. Ach, da kommt schon der zweite Panzer. Das ist einer von uns, nein! Nein, du brauchst 34. deutscher evangelischer Kürzeltag. Ich krieg die Friege. Hamburg, 1. bis 5. Mai 2013. Komm, ich krieg krank, damage ja noch. 12. Mose. Ich krieg doch keine damage mehr. Wir haben der Masse, der Masse, der Masse, der Masse, der Masse. Aber, und da kommt schon wieder einer, Alter, ich fühle mich nicht wohl. Den Fanschein. Auf, Alter, geh schon wieder weg damit, dass der Schwule. Einfach mal. Und den noch der Adrenalin-Münzer. Kann ich auch ganz sein, Leute? Ey, ich hab' den, Alter, geil! Alter, Adrenalin-Münzer, die sitzt mir so. Komm, 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 wala, ach, schau, den reanimiert. Jawohl, der reanimiert hat das Spielagut. Die haben wir noch geholt. Da schon wieder ein, ich hab' keine Kanatenmeer. Ich könnte grad so kotzen, Mann. Wieso? Eskalation, auch wie sie den P3, da, ne 7 zu 5 Kanäle. Kacke. Das ist doch Eskalation, ist das doch. Komm, ich wohne nicht. Das ist ein Katholik, nicht in dem Schaden. Oh, Entschuldigung, nicht. Ach, nur bei Kritik, nicht gegen Katholiken, aber. Alter, jetzt, oh, Mann, ich bin sich. So 188, vor auch noch gewonnen, auch du hast ne positive KD. Ja, trotzdem, mal, da guckst du's bitte mal an. Aber was mit dein Geldwünschwein? Ja, 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 ja. Ich lass' es hier so krank auf. Und wir sagen einfach noch eine Rundefreunde, weil... Ich sehe das nicht ein, ja, so eine KD. Ich sag' mal, auf die KD kommt's an, aber in diesem Sinne kotzt, dass mich gerade etwas erhaftet. Was denn noch? Das stimmt. Doch, Steiger aus, Junge. Mie, mie. Ich glaube, mit rechts kann man... Sie haben jetzt recht. Mit rechts kann man... So, ich fahr' zu zehn. Wenn man mal kranken Krimix. Was? Motore Hube. Nein, muss... wäm, 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 wäm. O.K.' Wäm, wäm. Das hilft nicht so richtig, weil das noch nach halten sollte nicht. So, komm doch, aufzub Ben. So komm doch zu B. Das wird schon eine gut Dwö blö 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 blö... hier es hat kein aber immer auf schießt sich so sinnlos in der Gegend kommt jetzt macht man was für ein Geld macht doch einfach mal was für ein Geld Wacken werden abgeschossen hier kommt Christoph das wollte ich machen ich habe den so dass er es gibt der Teamster hier kommt eine Granate für dich und noch eine kommt schon die Hand ist tot Mannes nein bist du doof das muss man es gehen die Junge das ist nicht nett nein das muss man es gehen es ist immer ein Problem was ist das scheiß aufsetzen wenn ich gerade ich glaube ich habe das ist ziemlich geil doch noch explodiert das muss ich gerade sagen aber jetzt können wir zu au ich will nicht aussteigen wo sie jetzt hin aua Mensch aufhören ja es hat gar nichts ziel wie es hat kein Ziel das Problem ja jetzt nicht mehr es ist nicht ich kann auch nur zu geben wenn er das jetzt verscheiden ich muss doch mal treffen man ja ich bin 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 aber ich habe ein Dreifachgeletz ach egal drei Kälter drei Kälter und es leckt etwas deswegen auch mit Zahnsehner BDS ist sie haben das nicht alles das ist jetzt und die Englisch und Schönen entschätigt die jungen als Alex jetzt hier nicht solche nazistischen das ist im Haus drin blauer von euch also ihr seht schon auf die Distanz aber das Ding richtig schrei die so komm auf die Fresse in your face wei komm ins Auto MediPack hab ich schon, nachladen müsste ich machen oh das ist auch ein Medi guck mal das ist da auch der als auch Medi schon ich will die Flagge noch mit der in die Pappi schon wo ist der jetzt? wo ist der Mürtelschlag oder was ist das hier? wir können sich verpackt werden ein Freundchen klar könnte er hat man den liebsten oder was? die Städte es macht erst bei dir naja es ist ja nicht so schlimm nein auf zur Art des Schraens es sei eine ich mache jetzt mit dem er sagt ihr unser Zeug müssen jetzt werden da war ein Konzertau da hat er nicht da ist ein paar Autos er hat mich ja mitnehmen er ist ja freundlich damit mit dem was jetzt hier kann die Kacke wir haben sie weiß gar nicht das ist akzeptabel war hat man sagt und zwar das ist ja gut das ist ja sehr gut und steckt ist noch für mich also es gibt Leute die Kriegsnotisch gibt er kennt wenn man nicht klar wird, dann ist ein Kreuzarm. Warte mal, das wird sich das nochmal. Und da ist einer. Wo ist denn der? Doch, laut, war da schon. Da. Äh. Tschüss. Eh, lass doch noch einen auf. Ja, da vorne, links. Links? Ja, das ist da vorne. Der ist ein Ding bisschen da. Das war mir schon vor, hat man. Okay, da flachs jetzt. Keine Aua, wo ist die? Wo ist die Scheiße? um, 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 um. Bläh, na klar, Neurities Neuer��-Eink. Das Ki Everybody und Dr. NiiratoV Hi Herzogamt Tonnein. Es geht um die solle Gerv Isabel. Dass das Bild es bre Parce Master, ist das ein bisschenbled. Vies den gen deswegen seine Vorschläge jetzt first diese tanks das ist das ist ja als erzielt oder wenn es einfach hier da hat man einen kinder auf holen wobei es ist achten guter Scheiß da hat er die weil das Geld und die Griechenland und die ich möchte achten scheinen er hat aber ich will mich auch beschneiden schweißer das war der Kluftfassel drei wieder leben ich brauchte ich mein Freund ich brauchte dich ich brauche ich bedingt Armin mit 2 die Erlösung der Städte ich werde das nicht eingeblendet oder ein das hat sogar in der reichert es ist so gut ist er kommt es schnell Proben Prozent die Art ist auch es gibt es gegen mich hat es wird so viel so ist das Bild zu lassen wie es gerade war das ist ich brauche wenn du machst das nicht da rein das ist ja ein Prozess schicken das ist direkt mit Scheiße komm den Kinnig ich glaube ich hab grad 15 25 abgezogen da kommt er wieder da oben ist einer hat mich verhorchen haben wir sicherlich gerade gesehen kann man für dich ok oh mein Gott ich hab Angst haben alle Punkte verloren die die sind so schlecht das sehe ich nicht ein wie kann man so schlecht sein warte 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 den Kinnig 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 sowie Kinnig 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 das ist ja voll nervig die kommen ja aus den ganzen Löchern das ist ja voll nervig die verwehren sich wie die Kanneke Aua scheiß wie so muss jetzt nachladen was hat die alle galt gemacht so er hat die alle platt gemacht so wie es aussieht das ist es wird nicht veröffentlicht sein Aua das ist lustig warte mal ich gehe mal zu ziehen mal zu ziehen muss ich treffen muss ich treffen ja wohl gut okay die Waffe gefällt mir immer noch mehr als hier gerade irgendwie ich mache mit der auch mehr Kiel ist es das ist oh mein Gott das ist das ist das ist das ist das ist das ist die ich bin das ist das ist dass wir uns dies wiederholen die Sohohe sie sind verdammt noch mal so schlecht auch komisch gibt es die Kiste ist nämlich nicht wer kommt Kempel Koppelkippen Lohr hat es auch nicht gecheckt das heißt ich hab den einfach nur so genannt war der Käpt'n heißt oh mein Gott ich glaub die Stunde hat geschlagen dass ich hier verwecke ich weiß auch noch nicht die Munition dabei habe und jetzt kommt auch noch ein kleiner Panzer mehr das war die Menge dieяться auch gar nicht die plaque aber es ist ja nicht mehr genügend Monizier holen ich hab ich wo da war es so was ist sieben der hessischen krank ich wollte nicht jetzt mal scharfen, aber das klappt ich jetzt nicht mehr jetzt kannst du noch alle holen oh mein Gott oh was hier die Medikamente die Medikamente ich geh einfach mit dem jetzt weiter da geht die Aua wo ist denn er? der hat sich bestimmt jetzt auch hinterfrochen also ist jetzt hinterfrochen? gerochen? der die alle kalt gemacht richtig der aber daneben geschossen kann ok da ist ein Trotter den kann ich aber momentan nicht holen da ist keiner oh ihr siegt auf und nur ganz leicht da ihr siegt ok was ist denn? 3 2 1 ok bäm moin bis zum nächsten mal Freunde hier grüßt der Kranke Adrenalin die Schallkick bumms Mütze da 17,5 das ist akzeptabel Adrenalin ja irgendwie wirds schon ne joh Leute haut rein bis zum nächsten mal